Hallo, hallo, schön, dass du da bist, hallo, hallo, schön. Hallo Kinder, hallo dann Kinder, schön, dass du da bist. Herzlichen Willkommen in Frau Melanies Nachbarschaft. Schön, dass wir sind noch mal zusammen. Guten Tag, guten Tag, sagen alle Kinder. Große Kinder, kleine Kinder, dicke Kinder, dünne Kinder, schneller Kinder, langsame Kinder. Lauter Kinder, leise Kinder. Guten Tag, guten Tag, sagen alle Kinder. Schön, dass du da bist. Heute wir machen Sonntag, Montag. Sunday, Monday, Tuesday, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wir machen das schneller. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und heute wir machen Geräusche. Und letzte Woche wir haben Bauernhof gemacht. So, wir machen unsere Gretelpastetel noch mal. Gretelpastetel, was machen die Gänz? Sie sitzen im Wasser und waschen die Schwänz. Gack, 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 die Gack, gack. Du musst mir helfen mit die Geräusche, gell? Gretelpastetel, was macht eure Kuh? Sie steht im Stahl und macht immer Muh. Muh, Muh, Muh. Gretelpastetel, was macht euer Hahn? Er sitzt auf der Mauer und kret, was er kann. Gick, gack, 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 gack. Gretelpastetel, was macht eure Katz? Sie sitzt hinterm Ofen und pusst sie den Latz. Miau, miau, miau. Gretelpastetel, was macht euer Pferd? Gretelpastetel, das sieht unsere Kötzsche und heiß ehrenwert. Hi, 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 hi. Gretelpastetel, was macht euer Schwein? Das wälzt sich im Matsch und fühlt sich sehr fein. Oink, 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 oink. Gut gemacht. Tschüss, Bauernhoftiere. Mit ihren besonderen Geräuschen. Their sounds. So, heute wir machen unsere Tanz nochmal. Dieser alte deutsche Lied. Bruderschen kommt Tanz mit mir. Aber wir machen mein Freund. Mein Freund kommt Tanz mit mir. Beide Hände reich ich mir. Einmal hin, einmal her. Rundherum, das ist nicht schwer. Mit den Händchen, klipp, klipp, klapp. Mit den Füßchen, tripp, tripp, trapp. Einmal hin, einmal her. Rundherum, das ist nicht schwer. Mit den Kopfchen, nick, nick, knack. Mit den Fingerchen, tick, tick, tack. Einmal hin, einmal her. Rundherum, das ist nicht schwer. Ei, du hast das gut gemacht. Ei, das hätt ich nicht gedacht. Einmal hin, einmal her. Rundherum, das ist nicht schwer. Noch einmal das schöne Spiel. Weil es mir so gut gefiel. Einmal hin, einmal her. Rundherum, das ist nicht schwer. Gut getanzt. Wir können gut zusammen tanzen. Und jetzt, ich wundere mich, was wir machen für unsere Körper mit Geräuschen. Okay, was ist richtig? Du wirst sehen. Kopf, Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Kopf, Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Und Augen, Ohren, Mund und Nase. Kopf, Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Bisschen schneller. Wir können das machen. Aber was ist richtig, wenn wir reden über Geräusche? Deine Knie, ich denke nicht. Oh, die Schultern, ich denke nicht. Kopf, ja, vielleicht. Aber die Ohren, wir müssen gut hören, wenn wir haben alle andere Geräusche oder Klopfe oder etwas, das macht Sound, right? Geräusche. Okay, so nochmal schneller. Kopf, Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Kopf, Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Und Augen, Ohren, Mund und Nase. Kopf, Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Kannst du es schneller machen? Ich glaube, du kannst schneller. Auf die Plätze, fertig, los. Kopf, Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Kopf, Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Und Augen, Ohren, Ohren, Mund und Nase. Kopf, Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. So, die Ohren sind richtig. So, wir können viele Instrumenten machen. Selbst gebastelt, gell? So, ich habe das angefangen. Du kannst zwei Stücke nehmen. Okay? Und ich glaube, wir haben deinen Eltern gesagt, was wir brauchen für diese Aktivität. Und dann, wir haben dieses Stück Papier. Wir haben so zwei solche Papier. Und dann, wir machen diese Papier hier rum. Mit bisschen Tesafilm. Und festbinden. Dann, wir haben noch ein Stück Papier. Und wir machen das an die andere Seite. Alles zu. Und festbinden mit dieser Tesafilm. Und dann, wir haben ein Gummi. Das wir machen diese weg. Und dann die andere Stücke. Wir machen das zusammen. Und noch ein Gummi hier rum, wo die Papier, wo das Papier ist. Okay? Festbinden. Und noch ein Gummi. Festbinden. Und dann, wir werden sehen. Du, denkst du? Das geht. Und wir werden sehen auf die Plätze. Fertig. Los. Das ist ein Harmoniker. Ein Harmoniker. Und ich habe auch etwas gemacht für euch. Das ist die Gitarre. Guck so schön. Das ist ein bisschen mehr kompliziert. So, ich habe nur gemacht. Schön, unsere schöne Karton-Gitarre. So, schön heute. Okay, jetzt. Du musst jetzt mit deinen Ohren hören. Sehr, sehr gut. Okay? So, wir haben zwei Eier für jedes Geräusch. Was? Welche gehen zusammen? Wir haben acht Eier, so wir haben vier Paar. Okay? Welche gehen zusammen? Das könnte dieselbe. Ich denke, das ist die selber. Wir gucken. Wir angucken. Reis. Eins. Und hopp. Reis. Zwei. Sie hängen zusammen. Jetzt. Wir haben drei Paar noch. Ich denke, das ist niedriger. Ich denke, diese zwei hängen zusammen. Eins ist Hundefutter und Hundefutter. Mein Hund ist da. Sie schläft. Nicht erzählen. Okay, jetzt. Wir haben zwei Paar noch. Wir hören. Ich denke, diese hängen zusammen. Die zwei Kürbissammeln von unserer Kürbisse. Oh, Cheerios. Das ist nicht dieselbe. So, Kürbissamen. Wo sind sie? Kürbissamen. Zwei. Und dann, die sind die Cheerios. Zusammen. Gut gemacht. Die Rassel sind so schön. Und unsere Lieblings. Ich denke, das war die Hundefutter. Diese schöne. Ein bisschen niedriger Geräusch. Vielleicht ein bisschen lauter. So, wir können das machen. So, wir haben etwas. Zu. Das geht auch. Machen. Guck. Ich denke, wir spielen mit Coco später. Mein Hund. Sie wollte das mitspielen. Aber dann, wir geben. Die Kleine. Gut. So, wir haben viele Sachen. Das macht Geräusche. So schön. Aber manche Dinge machen keine Geräusche. Nichts zu hören. Keine Geräusche. Hm. Jetzt, wir machen die Trommel. Laute Geräusche. So, wir sehen. Das ist laut. Oder? Magst du Geräusche? Laute Geräusche. Und lustige Geräusche. Das ist auch etwas. Das ist wie ein Huhn. Lustige Geräusche. So viele schöne Geräusche im Welt. Jetzt. Augen zu. Du musst ratten die Geräusche. Can you guess which sound? Ich habe drei Geräusche. Augen zu. Und dann, du kannst hören. Augen zu. Auf die Plätze. Fertig. Fertig. Augen zu. Was ist das? Für ein Geräusch. Der Laub. Der Laub. Die erste Geräusch. Die erste Geräusch. Okay. Augen zu. Auf die Plätze. Fertig. Los. Was ist das? Wasser. 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 Das ist ein schönes Geräusch. Wasser. Wasser. Nummer zwei. Und wir haben noch eins. Augen zu. Auf die Plätze. Fertig. Los. 1, eine Flasche, gut gemacht. Okay, jetzt, wir haben zwölf andere Geräusche, okay? Du kannst zählen. 1, die Schere, 1. 2, 3, 4, 4, 5, 6, Magneten, 7, 8, mein Hund hört das auch. Wir benutzen das für Sie. 8, oder 9, 10, 11. 12, und die besondere, die Glocke. 12, 12 schöne andere Geräusche. Jetzt, wir machen unser Lieblingsbuch. Klopf an. Du musst mit mir klopfen. Schau, ein Haus mit einer blauen Tür. Mal sehen, wer da wohnt. Wir klopfen einfach an. Klopf, 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 klopf. Blau. Ist jemand da? Der kleine Michel. Haut die Trommel, dieses laute Geräusch. Und kippt. Bumm, bumm. Und jetzt, die rote Tür. Klopf, 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 klopf. Klopf, super laut. Super laut. Ist jemand da? 4 wilde Affen. 1, 2, 3, 4 wilde Affen. Schmeißen mit Kissen. Affenquatsch. Und jetzt, die weiße Tür. Klopf, klopf, leise. Klopf, klopf, schnell. Klopf, klopf, laut. Und langsam. Klopf, klopf, klopf. Ist jemand da? 5 kleine Bären. 2 Putzenzähne. 3 Schlafen schon. Und noch die blaue Tür. Klopf, 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 klopf. Gut. Tschüss. Klopf an Buch. Okay. Jetzt, du hast dein Papier. Dein Stück Papier. Und dein Malstifte oder Farben. Ich habe Farbe. Und ich habe viele Sachen zum Malen. Und wir machen heute Malen bis Beethoven. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Beethoven. Wir werden sehen. Ich denke, das ist ein schneller Lied. Ich muss viel malen. Aber meine Sachen hier. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich muss schnell gehen. Ich muss schnell gehen. Wir müssen malen, wie wir wollen fühlen. Und ich fühlen. Und ich fühle. Und ich fühle. Und ich fühle. Oh, und ich habe ein Feder für Marlen. Orange. Okay, und ein Zahnwurstel. Ich habe eine dicke Röste, die sind ja orange. Das ist ein sehr, sehr hübsches Lied. Sehr schöne Farben und eine dünne Bürste. Wir mischen alles zusammen. Das ist auch schön. So, das ist mein Bild. Aber du hast dein Bild und dein Gefühl. Es ist so schön, wenn wir können Marlen. Tschüss Beethoven, gut gemacht. So, wir haben kreativ gemacht. Jetzt, wir haben die Geräusche, das sind auch kreativ. Guck, wir haben ein Zillofon. Das ist ein Wasserzillofon. Das ist nur Wasser und ein bisschen Farbe. Zillofon, gut gemacht. Und wir haben noch ein Zillofon. Unser Schlüsselzillofon. Und das ist super, super leise. Guck, wir können hören. Pannflöte. Pannflöte. Und mein Lieblings. Wir haben Rommel. Ballon. Alles machen die andere Geräusche. Ballon. Gut. Und. Wir können Geräusche mit unserem Körper machen. Platschen in die Hände. Ku, 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 ku. Mit unserer Zunge. Und wir können, bi Kohlen. Bärenjagd machen. Wir gehen heute auf Bärenjagd. Erst gehen wir durch den dunklen Wald. Habt ihr ein Bär gesehen? Nein, dann geh mal weiter. Wir gehen heute auf Bärenjagd. Wir gehen heute auf Bärenjagd. Und jetzt gehen wir durch das hohe, hohe Gras. Habt ihr ein Bär gesehen? Nein, dann geh mal weiter. Wir gehen heute auf Bärenjagd. Wir gehen heute auf Bärenjagd. Unsere Lieblings. Wir gehen jetzt durch den Sumpf. Habt ihr ein Bär gesehen? Nein, dann geh mal weiter. Wir gehen heute auf Bärenjagd. Wir gehen heute auf Bärenjagd. Wir gehen über die hohe, hohe Brücke. Hohe, hohe Brücke. Habt ihr ein Bär gesehen? Ja! Wir gehen schnell über die hohe, hohe Brücke. Durch den Zumpf. Durch das hohe, hohe Gras. Durch den Wald. Und dann gehen wir ins Haus. Tür auf. Geh rein. Tür zu. Geschafft! Wir waren heute auf Bärenjagd. Wir waren heute auf Bärenjagd. Geschafft! Geschafft! Gut gemacht! Und jetzt, wir haben ein kleiner solches Sache hier mit unserer Maus. Maus. Wo gehört unsere Maus? Okay. Augen zu. Augen zu. Augen zu. Und ich verstecke die Maus. Augen zu. Auf die Plätze. Fertig. Los. Kleine Maus. Kleine Maus. Kleine Maus. Bist du in dem blauen Haus? Nein. Kleine Maus. Kleine Maus. Bist du in dem rosen Haus? Nein. Kleine Maus. Kleine Maus. Kleine Maus. Bist du in dem goldenen Haus? Ja! Okay. Augen zu. Augen zu. Auf die Plätze. Fertig. Los. Kleine Maus. Kleine Maus. Kleine Maus. Bist du in dem goldenen Haus? Nein. Kleine Maus. Kleine Maus. Bist du in dem roten Haus? Ja! Unsere kleine Maus ist da. Und jetzt, wir machen Teddybär zum Schluss. Teddybär.